Moin Moin Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir bei Yahoo Mail uns eine Signatur erstellen können. Das heißt, das Ende sozusagen, was immer mitgeschickt wird. An sich, wenn man weiß, wo es steht, eigentlich relativ einfach. Und zwar haben wir hier oben rechts haben wir Einstellungen stehen, da klicken wir einfach mal drauf. Dann haben wir hier unten weitere Einstellungen stehen, da gehen wir auch drauf und dann haben wir das Ganze hier unter Mail verfassen. Da haben wir dann dementsprechend die Signatur. Das aktivieren wir einfach und dann können wir dementsprechend unsere Signatur erstellen. Die wird dann hier auch als Vorschau mit angezeigt. Das heißt, wenn wir jetzt hier etwas tippen, wird das dementsprechend hier gleich angezeigt. Wir können hier verschiedene Sachen noch einstellen. Wir könnten hier unter anderem Smileys mit rein setzen. Zack. Sehr, sehr schön. Und was auch ganz wichtig ist, wir können hier auch Links mit rein geben. Das heißt, wir geben hier einfach mal ein Wissen und geben unsere Internetseite ein. Wir können die natürlich auch einfach nur kopieren. Ja, mit STRG und C. Wir machen das hier weg und sagen, über STRG und V. Wir tragen das ein und dann habe ich hier Wissen stehen. So, das Ganze würde dann halt live so aussehen und zwar unter Verfassen. Zack, habe ich dann hier meine Signatur und hier könnte jetzt der Empfänger einfach draufklicken und würde dann hier auf die Internetseite weitergeleitet werden. Wir können natürlich auch noch weitere Sachen machen. Wir können unter anderem Text kursiv machen. So sieht das dann aus. Wir können auch die Schriftarten halt noch ändern. Ja, und wir können das Ganze hier natürlich auch von der Schriftformel noch ein bisschen ändern. Das heißt, wir könnten das Ganze auch mittig machen oder rechtsbündig. Je nachdem, wie wir das Ganze wollen. Das einzige, was leider nicht geht, wir können hier kein Bild mit einfügen. Das ist halt etwas schade. Ähm, falls einer das sieht, ähm, und hat vielleicht eine Pro-Version, könnte er mal sagen, ob das in der Pro-Version freigeschaltet wird. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Äh, mit einer normalen Free-Version ist das allerdings nicht der Fall. Gut, das soll es eigentlich auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch was gebracht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Lass gerne ein Like da, gerne ein Abo da. Bis demnächst!